Die V200.1, später als Baureihe 221 umgezeichnet, stellt als leistungsstärkere Weiterentwicklung der bekannten V200 eine Diesellokomotive für den schnellen und schweren Personen- und Güterverkehr dar. Produziert wurden beim Original 50 Exemplare zwischen 1962 bis 1965 bei Krauss-Maffei in München. Die Fahrzeuge waren auf vielen Strecken in allen Regionen Westdeutschlands zu finden und sind teilweise auch heute noch bundesweit bei Privatbahnen im Einsatz. Das Vorbild des N-Modells, die Lokomotive 221 115-9 der Deutschen Bundesbahn war der BD Hamburg BW Lübeck mit Revisionsdatum vom 30. Juni 1966 zugeordnet. Die Baureihe 221, die Kult-Großdiesellok der Deutschen Bundesbahn, kommt als N-Modell von Pico in den Fachhandel. Die komplette Neukonstruktion der V200.1 Baureihe 221 von Pico stellt die derzeit modernste Nachbildung der Großdiesellokomotive dar. Das Modell besticht durch feinste Lackierung und Bedruckung. Scharfe Gravuren am Gehäuse und die perfekt gelungene bullige Kopfform sind der Blickfang dieser formschönen Pico-Lokomotive. Das Dach der V200.1 entspricht der Dachpartie der ersten Bauserie. Die Modelle verfügen über eine Kurzkupplungskinematik. Ein kräftiger Motor sorgt für ausgezeichnete Fahreigenschaften. Das schwere Modell mit zwei Haftreifen sorgt für ausreichend Zugkraft. Das Modell ist mit einer modernen NEXT 18-S Digitalschnittstelle für eine einfache Digitalisierung vorgesehen. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Dreispitzsignal und Schlussbeleuchtung sind auch separat schaltbar. Die Soundvariante ist bereits ab Werk mit einem passenden Pico Smart Decoder 4.1 Soundnext 18-S ausgerüstet. Der verbaute Lautsprecher ist genau auf den Loktyp abgestimmt. Viele Loktypische Geräusche wie Motorengeräusch, Signalhörner und weitere schaltbare Funktionen sind dabei einzeln abrufbar. Hier ein paar Beispiele. F1 Motorsound Startmotor 1 F3 Motorsound Startmotor 2 F2 Signalhorn F10 F10 Führerstandstür auf und zu F19 Funkdurchsage Führerstand Lokführer auf Gleis 1 mit der Ausfahrt beachten Die stimmig getroffene Pico Lok der Baureihe 221 der Deutschen Bundesbahn überzeugt mit ihrem attraktiven Finish und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der Baureihe 221 erscheint von Pico eine zeitgemäße und fein detaillierte Modellausführung dieser bedeutenden Lokfamilie. Die V200.1 ist auf ihrer Anlage vielseitig einsetzbar. Ob epochengerecht oder als Sonderzug-Garnitur mit dem passenden rollenden Material wird man sie um diese Großdiesel Kult Lok beneiden. 221 321 422 X 412 516 516